So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke. Bei mir ist jetzt der 29.11.2023. Also willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und das ganze Zeug, ja. Können wir uns ersparen, sieht man ja, steht ja überall, aber ja. Heute kein Bier, heute Pokémon. Nein, wir haben jetzt die letzten paar Tage von der alten Season. In der alten Season gab es so einen Bonus, da konnte man ja, wenn man mit Freunden interagiert und das Freundschaftslevel anhebt. Wieso drücke ich nicht einfach mal drauf und zeige das mal hier? Aktuelle Jahreszeit, reichlich Abenteuer, die endet in einem Tag und 19 Stunden. Jetzt wollte ich unbedingt noch ein paar Freundschaftslevel erhöhen. Einer und Zweier kann man ja jederzeit machen. Die goldene Regel sagt ja immer Hyperfreunde und Bestefreunde, also Stufe 3 und 4 am C-Day. Den meisten ist eh egal, wann ich Stufe 1 aufmache. Ich habe mich immer die ganze Zeit also um die anderen gekümmert. Möchte jetzt das aber nochmal nutzen, da ich eh noch was abholen möchte, nämlich das Mew. Ich bin nämlich bei dem Habanero-Account gerade dran an einer Aufgabe. Das ist jetzt zeitlich alles ein bisschen durcheinander, das seht ihr aber dann. Da muss ich auf jeden Fall den Pokedex von Kando vervollständigen. Dadurch, dass die Krypto Vögel in den Raids waren und es ja sonst nur noch Mew und Mewtwo gibt, ist der Kando-Dex relativ schnell voll. Mewtwo fehlt mir noch. Wenn der nicht in nächster Zeit irgendwann mal in die Raids kommt, müsste ich mir den vielleicht tauschen. Würde ich dann aber erst bei Bestefreunde machen mit jemandem, der eins hat, weil das dann nur 40.000 Staub kostet. Ansonsten möchte ich heute Mew abholen. Was ich aber auch noch machen möchte, Freunde erhöhen. Ich will jetzt erstmal hier ein Glücksei nehmen, weil die Glückseier brauche ich ja eigentlich nicht. Ich kriege theoretisch jeden C-Day ein Glücksei und jeden C-Day verbrauche ich ein Glücksei. Ich könnte also alles hier benutzen, was ich jetzt auch versuche. Denn ich gehe jetzt mal hier drauf. Auf Freunde, letztens, sollte ich jemanden adden mit seinen ganzen Accounts. Und da seht ihr mal, mal gucken, wer weiß, wem die ganzen Accounts gehören. Null Explorer. Der gehört nämlich da dazu. Zack. Dann Deigulf. Ja gut, der gehört glaube ich nicht dazu. Das ist wieder ein eigenständiger. B-Samuel. So. Frizi vor Ramses. Der gehört auch nicht dazu. Das war auch jemand, der gesagt hat, ich habe dich geedit wegen Medaille und so, wegen Support. Der gehört aber dazu. Mia müsste auch dazu gehören. Äh, Pascal, weiß ich gerade nicht. Kann sein, dass er so geedit hat. Shiny-Freund, kennt man. Der gehört nicht dazu. Shiny-Zone 4 gehört aber wieder dazu. Silja. Ja, habe ich glaube ich auch so angenommen. Untergangs. Gott, da blicke ich selber gar nicht mehr durch. Der gehört wieder dazu auf jeden Fall. Wahrscheinlich alles, was aus New York kommt. VX. Naja, der gehört auch dazu, genau. Xenturia, der gehört auch dazu. Und irgendwas mit TBT-Instinkt gehört wohl auch dazu. Habe ich jetzt hier noch Level 2er. Also Leute, die auf Level 2 hochgehen. Die könnte ich theoretisch ja auch öffnen. Ab ins Tierheim ist so einer. Hier Mystical Miku. Der braucht noch zwei. Das heißt, ich kann ab ins Tierheim noch öffnen. Da ist er sicherlich auch nicht böse drum. Wir können den Marvin öffnen. Ist er auch nicht böse drum. So, wir können den Kog noch mitnehmen. Der Heigo aus Celamelis. Irgendwie heißen alle Heigo. Ging das gar nicht oder was? Den nehmen wir auch noch mit. Perfekt. Jetzt müsste man das erstmal alles durchlaufen lassen. Ihr seht gleich unten, dass immer die Punkte erscheinen. Also hier oben steht, wer aufsteigt. Unten steht die Punktzahl dafür. Für jeden Stufe 1 gibt es hier nochmal 9.000 Erfahrungspunkte dazu. Deswegen habe ich das Glücksei angemacht. Denn die Season ist bald um. Am nächsten C-Day, wenn man dann wieder Stufe 3er und Stufe 4er vielleicht sogar schon macht, gilt das nicht mehr mit den doppelten Erfahrungspunkten. Also es ist schade. Also hier konnte man echt gut was machen. Ab ins Tierheim 30.000 statt 20.000. Das sieht doch toll aus. Na? Marvin 30.000 statt 20.000. Und Kog. Wenn wir jetzt hier rüber gehen auf die Spezialforschung, habe ich hier auch noch Sachen, die ich abholen kann. 4.000, 4.000, was ja jetzt doppelt auch ist, also 8.000. Hier ist noch eine super Brutmaschine drin. Da sind noch Bonbons drin. Hier kann ich was abholen. Da müsste das Mew drin sein. Ich hole das hier auch noch ab. Alles, was hier mit EP zu tun hat, versuche ich mir jetzt erstmal anzueignen. Hier ist wieder ein Entwicklungseitem drin und ein Raidpass. Den könnte ich ja eigentlich jetzt für Terrakium noch nutzen. Heute den Dailypass und den Pass. Aber ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich solche Bonus-Pässe auch aufheben für eben, naja, besondere Raids, die so nebenbei mal kommen. Ach, ich weiß nicht. Es ist immer so schwierig. Hier haben wir nochmal 4.300 EP. Also was heißt besondere Raids? Für meine Raid-Medaille, wo ich 150 verschiedene Raids machen muss, da wäre es ja gut. Wie will ich das machen? Da muss ich 150 Tage warten. Wenn ich aber jedes Mal so einen Pass kriege, so einen Extrapass, kann man das natürlich nutzen für so komische. Wenn wir hier drauf gehen auf Belohnung, finden wir jetzt das Mew. Das sitzt jetzt hier rum. Jetzt ist es unsichtbar. Ich hoffe, das kann man überhaupt jetzt anwerfen und treffen. Weil beim Hong damals war es so, kennt ihr noch Hong? Beim Hong war es damals so, der hat ja 5000 Bälle draufgeworfen. Das ging nicht. Der hat sich so aufgeregt und gesagt, das geht nicht, das bleibt nicht drin. Er musste dann, glaube ich, extra sogar sein Handy wechseln, damit er Mew fangen konnte. Das ist beim zweiten Mal auch raus. Wie ihr wisst, muss man ja dreimal ein mysteriöses Pokémon anwerfen. Und erst beim dritten Ball ist das dann drin. Das müsste jetzt hier drin sein. Dann sind wir bei 150 von 151 Pokémon. Neuer Dex-Eintrag. Wow! Und natürlich die Frage, ist es gut? Ist es gut? Ist es schlecht? 13,81? Kann man ja auch nicht verschicken. Hat 15 Angriff. Hat 3 Sterne. Das sieht gut aus. Das bringt uns jetzt trotzdem irgendwie nicht so viel. Weil uns fehlt halt Mewtwo. Aber Mewtwo, da will ich geduldig sein. Da will ich erst, wenn ich wirklich einen Best Friend habe, möchte ich dann Mewtwo irgendwie, wenn das halt nicht in Rates oder so. Wer ist denn hier ganz oben? Das sind eigene Accounts. Der erste, der nicht eigen ist, ist Linus. Dann folgt Genaya und Benny. Das sind die Top 3. Also von denen wird wohl einer als erstes dann auf Best Friend gehen. Benny3000BE. Genaya86 und Linus 1308. Grüße gehen raus an euch. Ihr seid hier die aktivsten mit in der Liste. Oh ne, brüte neun Eier aus. Diese ganzen blöden Aufgaben immer. Aber das Gute ist, ich habe jetzt heute, habe ich hier gedacht, ich nehme immer zu die Unendliche. Ich habe von den Blauen ein paar gekriegt. Durch die Levelaufstiege, packst du mal ein 12er und ein 10er Ei rein. Damit du alles andere mit der Unendlichen machst. Ich habe hier nämlich 11 und 13. Falls wirklich nochmal eine Aufgabe kommt, wo man 1000 Eier brüten muss, dass ich mal wieder so ein 12x12 Kilometer Eier Video mache, wie ich es schon einmal gemacht habe. Die Tage habe ich das irgendwann rausgehauen und wie ich es für den einen Level-Up auch machen musste. Und da nehme ich natürlich die, dass ich die Unendliche und solche nehmen kann. Das heißt aber, eigentlich brauche ich ja nur 11 und 11. Ich brauche gar nicht 12 und 12. Das heißt, ich könnte bei 13, da könnte ich sogar noch zwei verbrauchen. Und jetzt habe ich ja sogar noch hier Superbrutmaschinen. Also eine, die ich dreimal nutzen kann. Also das wird mit der Zeit sowieso noch fertig werden. Genau. Und der Rest, seht, Meltan ist da noch was. Kämpfe in Raids. Das dauert halt jeden Tag. Ein Raid, das dauert halt ein bisschen. GBL habe ich noch gar nichts gemacht. Da gibt es nochmal drei Raid-Pässe. Also gewinne 14 Raids. Hier Routen folgen. So viel ist es hier gar nicht. Irgendwann müsste ja sowieso dann mal eine Aufgabe kommen, wo man dann die anderen Sachen bei Yoto, was ist denn hier bei Yoto dann? Das mysteriöse Pokémon. Habe ich das schon? Habe ich das nicht? Kommt das dann da unten? Ist das nicht Celebi? Habe ich schon Celebi? Ich habe noch keinen Celebi. Shirachi habe ich glaube ich schon. Hier, Celebi habe ich nicht. Shirachi habe ich auch nicht. Okay, passt. Meloetta habe ich aber. Meloetta habe ich. Also alles irgendwie durcheinander. Ich muss da mal eine Ordnung reinbringen. Aber ihr seht, es geht immer ein Stück weiter. Beim Habanero-Account. Beim Free-to-Play-Account. Bei dem, wo du irgendwie alles immer irgendwie takten musst. Jetzt wäre es sogar sinnvoll gewesen, die restliche Zeit noch ein bisschen zu entwickeln. Ich werde das Video schnell beenden. Ich werde schnell noch ein paar Sachen entwickeln. Da gebe ich in letzter Zeit nämlich immer Entwickeln ein. Und alles, was da ist, entwickle ich einfach durch. Aber nur erste Stufe, nicht die zweite, weil das ist zu teuer. Dann fahre ich wieder rum einkaufen. Dann fängt das Gottscha wieder was. Dann komme ich wieder hin, dann entwickle ich wieder was durch. Also jeden Tag sitzt du da und entwickelst und entwickelst und entwickelst und entwickelst und wirfst dann weg und entwickelst wieder. Und willst du aber auch wieder tauschen, musst du aber vorher erst entwickeln, dass du die Entwicklten tauscht. und die, die du kriegst beim Tauschen, dann auch wieder entwickeln kannst oder wegwerfen kannst. Weil du musst jetzt Medaillen pushen. Du musst jetzt Medaillen pushen. Also es ist, du bist halt wieder hier unten und du willst wieder ein Stück irgendwie da hochkommen. Ob das was bringt oder nicht, weiß ich nicht. Ist eigentlich egal. Wenn ich eh nur täglich mein Raid mache, ist doch eigentlich wurscht, ob ich Level 46 oder 50 bin. Aber ja, wir brauchen ja trotzdem was zu tun. So, das war es erstmal von meiner Seite aus. Das war mein Mew. Wie gut ist euer Mew? Schreibt mal rein. Meins hat 15 Angriff. Och, ich freue mich so, weil es total nutzlos ist für mich. Ich mache damit eh nichts. Eigentlich könnte ich es auch verschicken. Geht aber nicht. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.